Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, es hat ein bisschen gedauert, weil ich vielleicht gestern ein bisschen länger weg war, Freunde. Auf Instagram habt ihr es vielleicht gesehen. Huch. Und ich habe vielleicht heute verschlafen. Aber das ist natürlich, das wäre natürlich Schwachsinn. Wie kann man den Juli-Bam-Samstag verschlafen, Freunde? Naja, auf jeden Fall hat mein Wecker zwar geklingelt, aber ich habe ihn wohl im Halbschlaf ausgemacht. Deswegen jetzt ein bisschen später als sonst. Aber, Freunde, natürlich werden wir uns jetzt das neue Video ansehen. Ich bin dann schon sehr gespannt. Böse Nachtgeschichten. Und, Leute, das erste Halloween-artige Video, was wir uns ansehen werden. Ich bin schon gespannt auf die nächste und vor allem auf die übernächste Woche, Leute. Denn diese Halloween-Videos liebe ich. Wenn ihr auf dem Kanal neu seid, dann wisst ihr es noch nicht so. Aber ich habe eine gute Vergangenheit zu Halloween-Videos. Ich habe mich in dem einen oder anderen Video vielleicht ein bisschen zu doll erschreckt. Schon, ja, in der Vergangenheit. Deswegen freue ich mich auf die Halloween-Videos. Das ist das erste Böse Nachtgeschichten. Leute, ich würde sagen, wir schauen rein. Falls ihr jetzt direkt oder im Verlauf des Videos Bock bekommt, mehr von mir anzusehen, Freunde. Könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Oder ihr checkt erst mal oben im ii ein paar Playlisten ab. Ich habe da unter anderem eine Julien-Berb-Playlist. Da könnt ihr euch die vergangenen Videos ansehen. Auch Songs aus der Böse 2, wo ich zufälligerweise eine Hauptrolle gespielt habe. Schaut euch gerne vorbei, Leute. Let's go. Ich bin sehr gespannt. Es sieht jetzt schon mega cool aus. Ich habe auch in letzter Zeit gemerkt, die Videos von Ju werden immer mehr wie so eine Serie, die man jede Woche guckt. Oder jede zweite Woche. Ihr wisst, wie ich meine. Wo halt die André, John und Ju meistens die Hauptcharakter sind, die immer in komische Situationen geraten oder komische Sachen irgendwie erleben. Wisst ihr? Das ist mittlerweile ein echt großer Qualitätsstandard. Was war das? Mama! Das ist mir zu gruselig. Lass mal irgendwie ablenken. Mit einer Horrorgeschichte. Da, da. Mit einer Horrorgeschichte. Die Geschichte heißt Das Mädchen der Verdammnis. Oh nein, Alter. Auf Davey, ich liebe dich. Auf Davey, ich liebe dich auch. Ähm, Leute? Geil. Leute, ich hatte früher Barbie-Puppen übrigens. Ich hatte früher Barbie-Puppen. Schreibt mal in den einzelnen Chat, wenn ihr auch Barbie-Puppen hattet. Auch wenn ihr jung seid. Ich hatte auch eine Baby-Born früher, Leute. Ich finde es auch nicht schlimm. Also, Real Talk. Ich würde mein Kind, wenn es eine Barbie oder Baby-Born haben, möchte das auch kaufen. Also jetzt Real Talk. Mama! Mandy? Cindy? Wir heißen Sonja. Begrüßt eure neue Schwester Sonja. Okay, Real Talk. Das sieht wirklich gruselig aus. Das sieht, also Props an Carina schon mal. Das sieht wirklich gruselig aus. Das sieht echt gruselig aus. Ich weiß nicht, warum. Das ist gruselig. Mama, wann gibt es wieder was zu essen? Stopp. Es reicht. Ich gehe jetzt erst mal drei Jahre zum Kiosk Kippen kaufen. Mama, bist du schon wieder weg? Drei Kinder sind mir einfach zu viel. Ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Verständlich. Das ist echt gruselig irgendwie. Das ist irgendwie echt gruselig. Ich behalte mich echt gut im Auge. Ja. Weil die ist echt gut. Okay, Respekt. Warum? Warum können die beiden so gut kleine Mädchen spielen, Alter? Was war das? Okay, Leute. Das ist echt gruselig. Mit der richtig größte Angsthase übrigens. Das ist echt gruselig ein bisschen schon. Oh nein, jetzt kommt irgendwas von hinten, Alter. Leute? Hä, warum sind da so Gürtel und so Peitschen und so was? Das sind, glaube ich, Hundeleien gewesen. Guck. Ähm. Hä? Das ist echt gruselig ein bisschen irgendwie, Leute. Wir müssen Oma anrufen. Na klar. Wie kann du das Fischstäbchen machen? Oh ja, um Fischstäbchen. Okay. Gut, dass der Humor noch dabei ist. Sonst hätte ich echt ein bisschen Angst irgendwie. Oh nein. Was ist los? Das Telefon ist tot. Oh. Yo. Kinnigrad. Hallo? Sorry, verschluckt. Mein Name ist Thorsten Mittig von der... Loool, Alexander Straub, Alter. Cool, dass er immer wieder dabei ist. Telefongesellschaft. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben, dass die Telefone in den nächsten Stunden immer mal wieder nicht gehen. Möglicherweise dann, wenn Sie es am meisten brauchen können. Nur damit Sie Bescheid wissen. Wiederhören. Ehre, Mann. Das ist ja seltsam. Was ist los? Was ist los? Sie ist hinter mir, oder? Sie ist vor dir. Okay, das ist schon echt gut. Die wirklich nicht aus den Augen. Okay, die ist weg. Okay, ich gehe schlafen. Das ist schon wirklich gut gemacht, Mann. Hilfe. 300 IQ-Move, Leute. Freifeld. Tiefkühlpizza. Mit Plastik, Leute. Shoutouts gerne raus. Das ist keine adäquate Schönheit in der Anführung im E-Jab. Ne, okay, du hast recht. Verdammt. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, was da hilft. Super Saturday Girls Makeover Evening Day. Warum? Warum? Siehst du, zusammen ist doch viel schöner. Okay, sieh's weg. Was machen wir jetzt? Wir sollten uns vielleicht noch eine große Geschichte setzen. Ey, die war aber echt gut. Die erste große Geschichte war echt richtig gut, Mann. Boah, die war sogar echt ein bisschen gruselig an manchen Stellen. Also, wenn man davon ausgeht, dass ich Kopfhörer auf habe und dass ich sowieso bei jedem scheiß Angst habe. Wir müssen uns abzulenken. Ja. Das ist echt. Ich hab einer. Wir switchen. Wir switchen. Wir switchen. Okay, sorry. Ey, das ist auch wirklich gut umgesetzt. Das fühlt sich echt an, wie so eine Halloween-Folge von der Serie einfach. Das ist wirklich gut umgesetzt. Das Geschenk. Der Verdammt ist. Ach, ich bin gar nicht eingeladen. War ich auch nie. Ach so, ja, weiß ich doch. Ich hatte eh was vor. Ja, viel Spaß euch noch. Ist zu beleid, Mann. Nächstes Mal lade ich dich ein, John. Hey. Hey. Oh. Nein. Leute, die alten Zeiten. Wer erinnert sich? Er macht den... Oh, lol. Hä? Dich hab ich doch weggerufen. Und diesmal bleibst du weg. Hey, das ist gut. Das ist gut gedreht worden. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Was ist das Ding hier? Lol, okay, diese... Das war schon eklige Geräusche. Diese Fußstapfen und so. Das war schon eklig. Gemeine Hauskatze faucht gerne, wenn das Böse in der Gegend ist. Hallo. Ist da jemand? Paranormal Ermittler? Mhm. Sie sind 30 Minuten entfernt. Wir sind in 10 Minuten da. Ja, glaube ich... Was? 79 Minuten später? Ja, ich guck sie später dir an. Ich dich auch. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, Jonas. Wie heißt der John? Richtig. Wir mussten sicher gehen, dass sie die Wahrheit sagen. Nur der echte John konnte das wissen. Dann schildern uns mal den Sachverhalt. Ich wollte meiner Nichte eine Puppe schenken. Eine pinke Stoffpuppe aus Japan. Aber irgendwie hat das bestimmt mit dir recht. Ich hab sie ganz sicher weggeworfen, aber sie taucht immer wieder auf. Ich glaube, auf diese Puppe... Guck mal, was andere gemacht hat. Das stimmt mit dir recht. Ich hab sie... Ich hab sie ganz sicher weggeworfen... Oh, lol... Loll... Props gehen raus dafür, Alter. Props gehen raus dafür. Einmal die ganze Game Master Szene hochgenommen, Alter. Props gehen raus dafür. Das ist fucking gut. Trends, Bruder, Trends. Ey, das ist wirklich gut gewesen, Mann. Eer. Ey, das sieht gut aus, wie sie die Hand bewegt haben. Einfach wegtreten, das scheiß Ding. Das sieht schon gruselig aus, irgendwie. Da. Ich hab sie. Marcus, was das? Ja, Claudia? Ich hab sie. Ich hab sie. Hör auf dem Klaun. Ich hab sie. Ich hab sie. Die Arme, Claudia. Mega scary. Jetzt kann ich erst recht nicht mehr pennen. Lass am besten noch eine gruselige Geschichte erzählen. Oh, ich kenne eine gute. Oh, nee. Ey, die ist scary, die ist mega scary. Doch, 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 die ist mega scary. Okay. Immer dieses sinnlose Platz tauschen, Mann. Die Geschichte trägt den Titel Die Ferienhütte. Der Verdammnis. Der klassische Netflix-Film, was ein Rip-Off von, keine Ahnung, jedem zweiten Adam-Sampler-Film ist. Kennt man. Scheiße, Mann. Fuck, war das ein Reh? Oh, nein. Scheiße. Nein. Fuck, Mann. Lass das einfach ab. Ich muss aber sagen, übrigens, der Bart steht Vince übertrieben gut. Übertrieben gute Entscheidung. Sieht sehr fresh aus. Ich fahre jetzt einfach, ja? Das ist ein Mensch. Du kannst dich einfach abhauen. Du musst zurückfahren. Fahr zurück, Mann. Okay, ich fahre zurück. Nicht so schnell, Mann. Oh mein Gott. Wir haben Schu überfahren. Und scheiß Reh. Ich beruhige dich. Wir müssen nicht begraben. Die Ferienhütte. Die hat einen Garten. Leute, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Sieht echt gut aus, irgendwie. Das sieht gut aus. Alter, das ist zu und fucking weh, dass wir begraben haben. Chill. Wir haben immer noch Urlaub. Wir haben immer noch Urlaub. Okay. Okay. Urlaub. Hallo, Jungs. Hier ist noch der Schlüssel für die Garage. Sonst alles gut? Natürlich. Ja, machen sich da mal keine Sorgen. Ja, genau. Fühlt euch frei. Macht euch einen schönen Urlaub. Oh, meine verrückte Hüfte. Danke. Noch was? Ihren Oma Ihr dürft niemals etwas im Garten vergraben Was? Das ist so Friedhofer-Kuscheltiere-like Falls ihr den Film kennt, Sachen werden vergraben und werden dann lebendig, wenn man sie an einer bestimmten Stelle vergräbt wieder. Ich glaube das ist so der Move Sind im Garten? Sind im Garten? Sind im Garten? Denn der Boden ist verflucht Fuck was machen die jetzt? Ey chill mal, wir haben immer noch Urlaub Ich brauche Recherluft Urlaub regelt alles Leute, Urlaub regelt alles Fuck Richtig da war was Oh nein Leute Oh nein Es ist Friedhofer-Kuscheltiere-like oder? Naja es ist Friedhofer-Kuscheltiere-like aber es ist geil gemacht Was ist das? Der Winzer hat doch einen Schlüssel mitgenommen Der Pizzapote Warte, 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 warte Die Tiere werden immer schlauer Mann Die Tiere werden immer schlauer Mann Ich hab nie weh Ich hab nie weh Lecker Winz Lecker Winz, Alter Es gibt nur eine Möglichkeit wie wir unseren Urlaub retten können Die Tiere werden immer schlauer Warte, 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 warte Alter Ja leck mich am Arsch Jungs, Jungs Was ist das? Was ist das? Das ist... Leute 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 Nächste Woche ihr Opfer Leute Oh 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 Das Crossover des Jahres auf das alle gewartet haben Ey wie geil Nächste Woche schon Nächste Woche schon Leute Das bedeutet nächste Woche sehen wir uns hier wieder Ein bisschen früher hoffentlich diesmal Jo Ey Halloween Asozial Das wird geil, Alter So Saw Dings Halloween Freitag der 13. All sowas Ring und so Und das alles in asozial Och Leute Da bin ich doch dabei, Alter Da bin ich doch dabei Kurzen Applaus Kurzen Applaus Danke, bitte, bitte Och ey Da hab ich echt Lust drauf Okay, Freunde Kurzes, kleines, großes Mini-Fazit Zum Video Äh, mir hat's ja gefallen Ich fand die, äh Atmosphäre war sehr Halt so eine Halloween-Folge Von so einer Serie-like Wir hatten drei coole Horror-Geschichten Ich muss sagen Die erste war die gruseligste Weil das echt Irgendwie ein bisschen creepy aussah Ähm, die zweite Wie hieß der noch? Hemso, Hemso oder so hieß der? Ich weiß genau wie diese Puppe heißt Aber Die fand ich cool Und die dritte war, äh Sehr Special Ich fand's ein bisschen unkorrekt Dass ihr am Ende Vince nicht auch vergraben habt Aber Gut Und dass es kein Revitus gab Zumindest hab ich ihn nicht gesehen Aber ich glaub es gab kein Revitus Ich bin ein bisschen enttäuscht Aber ansonsten Cooles Video Ich freu mich auf nächste Woche Leute Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren Dann würde ich sagen Sehen wir uns bis dann Bleibt fresh So wie immer Und ciao Bis dann Bis dann Bis dann